Mein Name ist Philipp Burghalter. Ich bin Leiter der Ausbildung hier im Interspital in Bern. Ich habe Philipp nominiert, weil er uns jeden Tag das Gefühl gibt, dass wir hier einen richtigen Ort oder einen richtigen Beruf gewählt haben und man fühlt sich einfach extrem wohl bei ihm. Also in dem Moment, wo ich von der Nomination erfahren habe, bin ich wirklich sehr überwältigend gewesen im ersten Moment und habe mich natürlich riesig Freude, dass die Lernenden mir so ein wertschätzendes Dankeschön in dieser Form zu kommen lassen lassen. Ich habe etwas für das Leben von ihm gelehrt, immer eine aufgestellte Art und immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Meine schönste Aufgabe ist wirklich schwierig zu sagen, weil ich jeden Tag mit dem Lernen verbringen darf, ist für mich ein schöner Tag und ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen. Ich bin ihm besonders dankbar, dass er mich bis jetzt so gut begleitet hat und jedes Problem, das ich hatte, hätte lösen können. Also Lernenden möchte neben Fachlichen viel Selbstvertrauen mitgeben, Freude und Beruf und dass sie mit genügend Effort alles erreichen können, was sie wollen. Wenn wir die Nomination gewinnen, werden wir sicher alle zusammen feiern. Wie es so aussehen soll, weiss ich noch nicht, aber die Lernenden werden sicher eine gute Idee haben. Ich bin Lena Schraner, bin im zweiten Lehrjahr als Köchin in der Reha in Riefelden. Ich habe den Herrn Dähler nominiert als bester Berufsbildner, weil er so unglaublich viel für uns macht und ich ihm einfach mal etwas zurückgegeben wollte. Als ich von der Nomination erfahren habe, hatte ich eine riesige Freude. Es ist eine riesige Wertschätzung, die ich hier erfahren darf und bin überglücklich. Mich beeindruckt an Herrn Dähler, dass er sich jedes Mal Zeit nimmt, wenn wir kommen und sagen, können wir das anschauen. Wir haben hier Probleme und er nimmt sich jedes Mal Zeit für uns. In der Rolle als Berufsbildner sehe ich meinen Auftrag, den Wert des Kochberufs aufrecht zu erhalten, die jungen Menschen in diesem wunderbaren Beruf zu begleiten und so zu zeigen, was dieser Beruf alles zu bieten hat. Mir gefällt an meinem Beruf, dass er so vielseitig ist und dass man sehr kreativ sein kann. Ich bin sehr dankbar, dass er mich in diesen zwei Jahren so gefördert hat und dass ich mich so weiterentwickeln konnte und ich freue mich auf die nächste Zeit. Wenn wir den Zukunftsträger gewinnen, möchte ich sicher mit den Lernenden irgendein Erlebnis haben, irgendwo gut essen gehen, kulinarischen Ausflug machen, um mich auch bei allen Lernenden zu bedanken, dass ich so weit in diesem Jahr gekommen bin. Ich habe den Leuten für den Berufsbildnern vom Jahr nominiert, weil er mir immer so viele Sachen zeigt und erklärt und ich jetzt ihm mal etwas bezüge. Ich bin Ilja Robin-Feller, ich arbeite im Restaurant am Darmchef in Thun. Als ich von dieser Nomination erfahren habe, war es natürlich für mich eine Freude, weil meine Ausbildung liegt mir sehr am Herzen und wenn man so etwas zurückbekommt, fängt es natürlich mega. Am Wüden sein Talent ist sein Gespür für Geschmäcker. Man beeindruckt an ihm, dass er immer wieder Sachen kriert, wo man gar nicht denkt, dass sie eigentlich fein sind. Meine Rolle als Berufsbilder macht aus, dass ich für die Jungen hier bin und denen ihr Feuer entfachen kann, dass ich meine Passion an sie weitergeben kann. Mir ist wichtig, dass unsere Lernenden wissen, wo unsere Produkte herkommen und was man dann feines daraus zubereiten kann. Der Wüden hat die Auszeichnung verdient, weil er auf eine andere Art kocht als in anderen Restaurants. Uhr und Schemann gegeben hat. Ich sage, es hat was, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.